Willkommen. In diesem Video will ich ein paar nützliche Hinweise für die Mathematik-Abiturprüfung in Baden-Württemberg ab 2023 geben. Und wenn ihr euch fragt, was genau ihr hier erwartet, naja, mit Sicherheit habt ihr mitbekommen, dass ab 2023 einige Themen wegfallen und dafür neue hinzugekommen sind. Außerdem gibt es die Themen, die immer von Bedeutung sind für die Abiturprüfung. Hier findet ihr so eine Art Checkliste mit den wichtigsten Themen. Nicht nur ein paar Themen haben sich ab dieses Jahr geändert, sondern auch ein bisschen den Aufbau der Abiturprüfung. Deshalb in erster Reihe eine kleine Übersicht über den neuen Aufbau bzw. neue Punkteverteilung. Also, so wie früher gibt es einen Pflicht- und einen Wahlteil. Und wir fangen mit dem Pflichtteil an. Der beinhaltet natürlich alle drei großen Themengebiete, Analysis, Analysche Geometrie und Stochastik. Allerdings hat sich hier was verändert. Es sind nicht mehr so viele Aufgaben wie früher, sondern nur noch sechs Aufgaben. Von diesen ungefähr vier Aufgaben werden bezogen auf Analysis sein und die anderen zwei teilen sich auf zwischen Analysche Geometrie und Stochastik. Entsprechend gibt es auch wenige Punkte für diesen Teil und zwar nur noch 15 statt 20 Verrechnungspunkte wie früher. Im Wahlbereich, also wo die Lehrer die Aufgaben für euch auswählen, gibt es einmal Analysis. Da gibt es 20 Punkte zu holen und zwar am meisten. Dann natürlich Vektorgeometrie oder Analysche Geometrie mit 12,5 Punkten und ebenfalls Stochastik mit auch 12,5 Punkten. Also, die Wahlbereiche in Analysche Geometrie und Stochastik kriegen jetzt mehr Punkte als die letzten Jahre. Die letzten zwei Jahre waren es nur 10 Punkte. Bevor wir mit den einzelnen Themengebieten loslegen, hier an dieser Stelle noch zwei kurze Hinweise. Da dieses Video wahrscheinlich ein bisschen länger wird, als von mir zuerst beabsichtigt, könnt ihr unten auf der Zeitleiste gezielt zu der einzelnen Themengebiete springen. Das spart euch ein bisschen Zeit. Zweitens, zu allen hier angesprochenen Themen findet ihr am Ende dieses Videos im Abspann Playlists mit Übungsaufgaben und passenden Videotutorials. Wir fangen natürlich mit Analysis an und in erster Reihe sind die wichtigsten Funktionen ihrer Eigenschaften von Bedeutung. Damit meine ich, auf der linken Seite seht ihr alle Funktionstypen, die für die Abiturprüfung von Bedeutung sind. Wobei diese zwei ab dieses Jahr offiziell neu dabei sind, also die Wurzelfunktionen und die natürliche Logarithmusfunktion. Und für alle diese Funktionen müsst ihr natürlich die Eigenschaften kennen. Damit meine ich selbstverständlich Verschiebung, Strecke und Spiegelung. Dann natürlich kann man auch zusammengesetzte Funktionen betrachten. Damit sind Summen, Differenzen, Produkte oder Quotienten von Funktionen gemeint, sowie verkettete Funktionen. Und nicht in erster Reihe müsst ihr auch in der Lage sein, für alle dieser Typen Funktionsthemen zu bestimmen. In diesem Zusammenhang sind natürlich auch noch Umkehrfunktionen von Bedeutung. Ein Thema, was ebenfalls offiziell ab dieses Jahr dabei ist. Und für diese Umkehrfunktionen müsst ihr natürlich in der Lage sein, Definitionen und Wertemenge zu bestimmen, die Umkehrbarkeit nachweisen, Graphen zu zeichnen und Funktionsthemen aufzustellen. Außerdem könnten wir an dieser Stelle noch die Funktionsscharen erwähnen. Ein Thema, was in den letzten Jahren sehr wichtig war, vor allem für den Wahlteil. Und ungefähr die Hälfte des Wahlteils gedeckt hat in den letzten Abiturprüfungen. In diesem Zusammenhang musst ihr mit Sicherheit solche Sachen wie gemeinsame Punkte kennen, wie man höchster Hochpunkt oder tiefster Tiefpunkt bestimmt, Einfluss von Parametern erklären und eventuell auch Ortskurven kennen. Eine kleine Erklärung dazu. In der Prüfungserlass steht, so wie von mir dargestellt an dieser Stelle, hinter dem Begriff Ortskurven in Klammer nicht. Weiter runter findet man eine Erklärung dazu. Ich zitiere, Die Angabe nicht bedeutet jeweils, dass Schülerinnen und Schüler in Bezug auf diesen Inhalt über keine spezifischen Kompetenzen verfügen müssen. Sie bedeutet aber nicht, dass dieser Inhalt in keiner Form Gegenstand der schriftlichen Prüfung sein kann. Übersetzung Ihr werdet in der Abiturprüfung bestimmt keine Aufgabenstellung finden, die von euch explizit eine Ortskurve verlangt. Allerdings, man kann das Ganze auch anders formulieren und sagen, bestimme die Kurve, auf dem alle Wendepunkte liegen. Das ist dann eine Ortskurve. Deshalb zur Sicherheit würde ich schon empfehlen, dass ihr auch diese Themen mit nicht so am Rande anschaut. Schaden kann es ja nicht. Gehen wir weiter zur Differenzialrechnung. Also alles, was mit Ableitungen zu tun hat. Natürlich sind an erster Reihe die Ableitungsregeln wichtig, die ich jetzt auch noch auf der rechten Seite eingeblendet habe. Dann Probleme im Zusammenhang mit Tangenten. Da gibt es die Standard-3-Tangenten-Probleme. Tangente in einem Punkt, also Standardfall. Dann mitgegebene Steigung oder von außen. Das Gleiche können wir eigentlich auch bei dem Normalen erwarten. Also die gleichen drei Fälle. Und zum Schluss gäbe es noch die Lagebeziehungen zwischen Funktionen. Da gibt es die zwei besonderen Lagebeziehungen, die euch besonders interessieren. Also wenn sich zwei Kurven in einem Punkt berühren oder sich orthogonal schneiden. Die Differenzialrechnung wird außerdem gemischt mit vielen Elementen der Kurvendiskussion. Die wichtigsten wären zum Beispiel Definitionen und Wertemenge. Vor allem für Wurzelfunktionen, LM-Funktionen und gebrochene nationale Funktionen von Bedeutung. Dann Nullstellenberechnung natürlich oder Gleichung lösen, wie auch immer. Das sind die wichtigsten Ansätze, das war Nullprodukt und Substitution. Einfache Symmetrie. Da müsst ihr einfach die zwei Symmetriearten kennen. Also die einfachen Symmetriearten, Y-Achsen-Symmetrie und Punktsymmetrie und die entsprechenden Ansätze zur Überprüfung. Außerdem noch das Grenzverhalten. Vor allem wichtig für ganzrationale Funktionen, E-Funktionen, LM-Funktionen und gebrochene nationale Funktionen. Und dann zum Schluss natürlich Extrempunkte mit Monotonie zusammen und Wendepunkte mit Krümmung. Da müsst ihr auch die rechnerischen Ansätze kennen sowie die grafischen. Also ihr kennt alle diese nervigen Aufgaben mit Wahr und Falsch und Begründe, warum, wieso, weshalb. Also die sind natürlich immer Dauerbrenner in der Abiturprüfung. Als Endpunkt in Sachen Differenzialrechnung würde ich noch an dieser Stelle die Extremwertprobleme erwähnen, die ab dieses Jahr noch viel wichtiger für die Abiturprüfung werden sollten. Ja, das sind nicht ganz angenehme Aufgaben und die gibt es in zwei Sorten. Einmal ohne Nebenbedingungen, einmal mit Nebenbedingungen. In Sachen Integralrechnung ist es natürlich in erster Reihe wichtig, das in der Lage seid, Stammfunktionen zu bilden. Hier auf der rechten Seite seht ihr die wichtigsten Regeln, wobei über die letzte Angelegenheit ich ein bisschen reden muss. Da steht in dem Prüfungserlass, dass Stammfunktionen der LN-Funktion nicht drankommen. Okay. Kurz zur Formulierung. Die Stammfunktion der LN-Funktion war nie Teil der Abiturprüfung. Also das lernt man erst im Studium. Das hat mit partiellen Integration was zu tun. Allerdings, was ich glaube, dass Sie meinen damit, ist das hier. LN als Stammfunktion. Also, in den letzten Jahren waren die Logarithmus-Funktionen als Stammfunktionen wichtig für die Abiturprüfung. Es kam immer wieder eine Aufgabe, wo man die LN-Funktion als Stammfunktion gebraucht hat. Sonst könnte man das Ganze nicht integrieren. Ich vermute stark, dass Sie meinen, dass das eventuell nicht mehr Teil der Abiturprüfung ist, weil das, was Sie geschrieben haben und nicht in Einführungsstrichen, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Naja, wir werden sehen, das ist so ein bisschen fragliche Sache. Zweitens, muss die natürlich in der Lage sein, Integrale auszurechnen. Also, Hauptsatz der Differential-Integrale-Rechnung kennen und Integralgleichung lösen. Kurze Erklärung, Integralgleichung, das bedeutet, das ist Integral, wo bei den Grenzen oder in dem Funktionsterm eine Unbekannte steckt und diese ermittelt werden muss. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Integralfunktion und die müsst ihr einmal rechnerisch bestimmen können, aber auch grafisch skizzieren. Das hat ja auch mit der mit dem Schaubilder-Stammfunktion was zu tun. Und natürlich gibt es noch die Anwendungsgebiete der Integralrechnung, also unter anderem Flächenberechnung, natürlich auch mit uneigentlichen Integralen, also wo auch unbegrenzte Flächen auftauchen können. Dann Volumen- und Konfrontationskörper um X- und Y-Achse, Mittelwerte von Funktionen steht zwar in Klammern nicht, glaube ich aber nicht. Es waren bis jetzt immer in jeder Abiturprüfung zwei sichere Punkte im Wahlteil und natürlich rekonstruierter Bestand. Da geht es um die Bedeutung der Stammfunktion im Sachverhalt. Unser zweites Thema ist natürlich die analytische Geometrie. Hier fangen wir mit ein paar wichtige Grundlagen, die ihr eigentlich hier auf dem Radar noch haben solltet. Also in erster Reihe Linearkombinationen, wozu sie gut sind. Dann die Länge oder Betrag eines Vektors in Zusammenhang auch mit dem Einheitsvektor. Vergiss den nicht, vor allem bei den üblen anwendungsorientierten Aufgaben ist er nützlich. Skalarprodukt in erster Reihe grundlegend, also zum Nachweis vor Orthogonalität und natürlich auch wissen, wozu der Vektor oder Kreuzprodukt da ist, sowie gerade in den Raum. Ja, bei dem Gerade sind natürlich Punktproben und Spurpunkte wichtig, gegenseitige Lage, gar kein Zweifel und auf jeden Fall Geradenschaden. Im Zusammenhang mit Ebenen sind vor allem die drei Ebenengleichungen wichtig, um wie man von der einen oder anderen Form rumspringen kann. Dann Ebenen veranschaulichen mit Hilfe von Spurpunkten beziehungsweise Spurgeraden. Lagebeziehungen zwischen Gerade und Ebene vor allem im Zusammenhang mit Gerade und Ebenenschaden auch ein wichtiges Thema und Lagebeziehungen zwischen zwei oder drei Ebenen. Hier geht es darum, lineare Gleichungssysteme zu lösen und das auch ebenfalls im Zusammenhang mit Ebenenschaden. In Sachen Abstandsberechnung spielt in erster Reihe Abstandpunkt Ebene eine wichtige Rolle, wo ihr zwei verschiedene Lösungswege kennen müsst. Einmal den ausführlichen über den Lotfußpunkt und dann mit Hilfe der hessischen normalen Form. Und kleiner Hinweis von mir, in den letzten Jahren waren immer wieder Umkehraufgaben zu der hessischen normalen Form dabei. Es wäre nicht verkehrt, wenn ihr euch solche Sachen anschaut. Das sind die Aufgaben, wo der Abstand schon gegeben ist. Außerdem gibt es noch Abstandpunkt Gerade. Da könnt ihr zum Beispiel entweder den Lösungsweg mit der Hilfsebene nehmen oder was auch immer euch in der Hinsicht liegt. Es gibt ja eine Menge Auswahl und Abstand Windschiefergeraden. Die klassischen Wege sind mit einer Hilfsebene oder mit Hilfe dieser zwei Laufpunkte, aber in letzter Zeit wird auch sehr oft die Formelunterricht gezeigt. Also gerne könnt ihr die auch nehmen. Vor allem sie steht auch in eurer Merkhilfe. Am Ende dieses Abschnitts noch ein paar weitere Themengebiete, die mit Sicherheit von Bedeutung sind für die Abiturprüfung. Und zwar in erster Reihe Spiegelung und Symmetrie. Da müsst ihr vor allem die klassischen Fälle kennen, also Punkt an Ebenen, Spiegelpunkt an Gerade und Gerade an Ebenen Spiegeln. Dann die Winkelberechnung. Da müsst ihr in der Lage sein zu unterscheiden zwischen der allgemeinen Winkelberechnung für irgendwelche Figuren und die drei Fälle für die Schnittwinkel. Anwendung des Vektorprodukts. Da geht es um Flächen- und Volumenberechnung und Vektorielle Beweise. Die gute Nachricht ist, da wird gesagt, dass das nicht mehr dran kommt. Ich hoffe, das bleibt dabei. Also wenn ihr das auch nicht im Unterricht behandelt habt, dann ignoriert es an dieser Stelle. Das letzte Themengebiet im Rahmen der analytischen Geometrie erwähne ich nicht am Ende, weil es unwichtig ist, sondern weil es wichtig ist. Und zwar es geht um das Modellieren geradlinigen Bewegungen. Also ihr alle kennt diese Aufgabe, wo es darum geht, Bewegungen von Flugzeuge, Ballons, Hubschrauber, Schiefe, was auch immer, zu beschreiben. Und das alles geschieht mittels Zeitortgleichung. Also ihr müsst die Eigenschaften dieser Zeitortgleichung kennen, sowie wie man eine Zeitortgleichung aufstellt. Drittes und letztes Thema, natürlich Stochastik und auch hier fangen wir sozusagen mit den Grundlagen an. Vor allem bei dem Grundlagenbereich hat sich hier viel getan ab dieses Jahr. Das erste neue Thema heißt Elementare Kombinatorik und hier geht es darum, ein paar kombinatorische Mittel zu kennen, wie zum Beispiel die Permutation ohne Wiederholung oder in Fakultät. Dann Kombinationen ohne und mit Wiederholung. Darunter habe ich die passenden Formeln eingeblendet, damit keiner durcheinander kommt. Und außerdem noch die Variationen ohne und mit Wiederholung. Zweitens altbekannte Sachen, wie zum Beispiel Baumdiagramme und Gegenereignis. Also Ziehungen mit und ohne zurücklegen, Pfadregeln und Summenregeln. Vierfädertafeln. Ja, klingt einfach, aber lasst euch nicht so einfach täuschen. Es gibt auch hier schwierige Aufgaben. Sowie bedingte Wahrscheinlichkeit. Bei der bedingten Wahrscheinlichkeit musst du natürlich die Formel kennen und ein bisschen Verständnis für die Abhängigkeit von Ereignissen haben. Genau das gleiche kann ich eigentlich auch über die stochastische Unabhängigkeit sagen. Auch hier ist es wichtig, die Formel zur Überprüfung zu kennen und Verständnis für die Unabhängigkeit von Ereignissen zu haben. Außerdem gibt es noch den allgemeinen Erwartungswert. Hier muss ihr in der Lage sein, Wahrscheinlichkeitsverteilung aufzustellen. Das sind so diese Übersichtstabellen und häufig kommen diese Art von Aufgaben vor allem in Zusammenhang mit Glücksspielen. In Sachen Binomialverteilung ist es natürlich wichtig, dass ihr die Formel von Bernoulli kennt und zwar auswendig, auch für den Teil ohne Taschenrechner, dann im Binomialkoeffizient ohne Taschenrechner rechnen könnt und für manche Aufgaben auch sehr wichtig, dass ihr die Sonderfälle bei dem Binomialkoeffizienten kennt. Kleiner Hinweis, es gibt vier davon. Dann Erwartungswert und Standardabweichung, natürlich die Formel, die ich auch eingeblendet habe, aber auch den Zusammenhang mit dem Histogramm. Das heißt, die Auswirkung vom Erwartungswert und Standardabweichung auf das Aussehen von Histogrammen, unter anderem die Symmetrieeigenschaft, wenn p gleich 50% ist und bitte schaut diese Histogramme ganz genau an. Also irgendwo stecken immer Fallen, manche Abbildungen sehen wie Histogramme aus, sind aber keine oder ähnliches. Bei dem Umgang mit dem Taschenrechner ist es natürlich wichtig, dass ihr die Befehle des Taschenrechners kennt, beziehungsweise wenn bestimmte mathematische Ansätze gibt, wo der Taschenrechner nie bearbeiten kann, diese umformen so, dass der Taschenrechner es bearbeiten kann. Außerdem gibt es noch dieses Problemlösen mit der Binomialverteilung, vielleicht erinnert ihr euch, da geht es darum, durch rumprobierenden Taschenrechner Werte für NP oder K zu bestimmen. Außerdem im Wahlteil natürlich noch die Hypothesentests, da müsst ihr wissen, wie man einseitigen oder zweiseitigen Tests durchführt und selbstverständlich die Fehlerbetrachtung kennen. Damit meine ich Fehler erster und zweiter Art sowie ihre Bedeutungen. Und langsam aber sicher kommen wir zum letzten Themengebiet und zwar die Normalverteilung. Hier ist es natürlich von Bedeutung, dass ihr die Eigenschaften der Gauschen Glockenkurve kennt, also die Auswirkungen vom Erwartungswert und Standardabweichung auf das Aussehen der Glockenkurve. Symmetrieeigenschaften sind ebenfalls sehr wichtig, die komplexsten Aufgaben bei diesem Themengebiet sind sehr gut lösbar mit Symmetrieeigenschaften und auch hier Wahrscheinlichkeiten näherungsweise bestimmen. Das heißt zum Beispiel ein Teil ohne Taschenrechner muss die auch mal in der Lage ein paar Kästchen unter dieser Gauschen Glockenkurve zählen um Wahrscheinlichkeiten näherungsweise zu bestimmen. Außerdem spielt auch hier der Umgang mit dem Taschenrechner eine wichtige Rolle. Die Taschenrechnerbefehle, es gibt drei davon, müssen gut bekannt sein und vor allem der dritte Taschenrechnerbefehl wo es man bei den Umkehraufgaben verwenden kann ist sehr wichtig und man muss verstehen was dieser tut. Also die schwierigsten Aufgaben sind mit diesem Befehl inverse Normalverteilung. Auch hier kann es vorkommen, dass sie den Erwartungswert oder die Standarderweichung durch rumprobieren Taschenrechner bestimmen müssen. Mischaufgaben gibt es auch noch. Damit meine ich Aufgaben mit gemischter Fragestellung im Zusammenhang mit binomialen Normalverteilungen. Da muss man ein bisschen aufpassen, nicht dass die Sachen durcheinander gebracht werden. Und es gibt noch die allgemeine stetige Zufallsgröße. Also damit meint man Dichtefunktionen, die jetzt nichts mit der gauschen Glockenkurve zu tun haben, sondern allgemeine Dichtefunktionen. Also jede Kurve kann unter bestimmter voraussetzenden Dichtefunktionen sein. Da sagt das Prüfungserlass Nein dazu. Ob das wirklich so ein Nein ist, würde ich nicht glauben. Also wenigstens die allgemeinen Eigenschaften von Dichtefunktionen solltet ihr kennen. Ich hoffe, dass euch diese Übersicht weiterhilft. Und wenn ihr Fragen habt, also irgendwas zu schnell ging oder nicht detailliert genug erklärt war, schreibt mir einfach unter dem Video. Ich werde gerne eure Fragen beantworten. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.